Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Transport Fever. Signale sind gesetzt. Jetzt geht es darum die Züge zu kaufen und ich habe schon wieder keine Ahnung wie viel Kapazität ich machen soll. Aber so gar nicht. Aber wir wollen ja dass die Produktion anläuft deshalb machen wir jetzt erstmal die Anlieferung der oder die Anlieferung für die Brote. Fangen wir mit 60 km h. Der Weg ist etwas länger als der Weg. Nehmen wir hier den jetzt einfach und machen erstmal so hier haben wir irgendwas was das ganze mischt. Gut hier wäre natürlich oder hier werden hoffentlich keine Tiere drin transportiert. Da könnten Tiere drin transportiert werden und auch Getreide. Ist vielleicht gar nicht so verkehrt dann. Wir haben nur keine Firma davon oder über sich eine. Hier weiß ich zum Beispiel nicht. Leeroy und Bosch ist glaube ich auch noch mal was anderes. Ich weiß nicht was das hier ist. Karl Dewey. Wäre ja schon gut wenn wir irgendwas haben Richtung das Richtung Nahrungsmittel geht. Ok Karl Dewey hat verkauft Sachen für das Badezimmer. Da steht so irgendwas. Ne achso da steht staatlich. Ok dann machen wir was passt am besten Ikea. Da gibt es wenig da gibt es zumindest Lebensmittel zu kaufen. Dann. Ja was haben die für eine Kapazität 11. Oh das ist gar nicht so wenig. Wie schnell fahren die? 100. Jetzt haben wir 55. Das sind aber auch teuer mit. Ne 72.000 geht es sogar. So wie viel teuer würdest du jetzt kosten im Jahr? Noch nicht mal eine Million. Ok die nehmen wir auf jeden Fall für die Linie. Also wenn er noch nicht mal eine Million kostet dann sage ich jetzt einfach. Da haben wir gerade 10 gekauft. Wir machen dasselbe jetzt nochmal. Von mir aus auch nochmal Ikea. Das sind 7. Wir machen jetzt 7 Anhänger weil wir halt einen kürzeren Weg haben. Und packen den auch auf die Linie. Und dann fehlt uns jetzt noch der Zug für Planet. Jetzt müssen wir noch einmal bei den Wagen gucken ob wir welche haben die. Das dürfte eigentlich auch nicht sein. Brot und Treibstoff gemeinsam machen. Na gut der kann alles. Den lasse ich weg. Jawohl der ist halt leer. Es muss halt unterschiedlich aussehen. Entweder werden da Fässer drauf gepackt oder Paletten. Ich hätte halt sowas wie BP oder sowas jetzt gerne gewählt. Weil ich würde es halt ungern trennen weil ich nicht weiß wie viel wir brauchen. Dann würde ich doch lieber um es mal zu testen den nehmen. Der ist er hat eine höhere Ladegeschwindigkeit. Der hat sehr viel kmh. Der schneidet ja beim Gewicht zu Kapazität. Wie schwer ist der bitte? 60 Ton auch so. Ja gut Schlacke. Der schneidet da auch ganz okay ab. Dann nehmen wir da jetzt jemanden der 100 fährt. Dich haben wir glaube ich ganz häufig im Einsatz. Dann nehmen wir dich auch. Ich rechne jetzt mal auch mit 50 pro Güterart. Das heißt 100 Kapazität hätte ich jetzt ganz gerne. So 196 das reicht mir schon. Der wird jetzt eh sehr lange leer fahren. So haben wir den auch. Das heißt jetzt haben wir alle drei. Haben wir da ja auch drei oder alle drei Linien ganz schnell gemacht. Das sollte jetzt dann alles hoffentlich anlaufen. In der letzten Folge haben wir gesehen dass unsere Industrie hier an der Obergrenze ist. Sie ist es schon wieder okay. Mehr Rohöl abzutransportieren. Wo ist denn unser Zug? Bist du unser Zug? Okay du hast jetzt 103 von 155 hast du bist du bei 103. Ja da fehlt nicht mehr viel. Ach wir haben zwei Züge sogar schon auf der Linie. Ups. Und der hat 132. Es hört sich schon fast am dritten Zug an. Dann hier ist sogar einer hochgefahren. Du hast sogar noch ziemlich viel Luft nach oben. Aber dich haben wir auch mit 200 Kapazität ziemlich vollgepackt. Wenn der jetzt noch 18 Kapazität frei hat der andere schon wieder vergessen. Kurzzeit Gedächtnis und so. Da ist er. Hat 47. Und hier wird die Produkte. Ne noch wird es nicht. Noch wird es nicht vergrößert. Da steht abtransportieren. Was steht hier? Anliefern. Okay. Dann würde ich sagen machen wir noch mal einen Zug. Ich gucke halt wo haben wir hier. Oder wie haben wir hier die Züge drauf gekriegt. War das hier drüber und dann haben wir die Linie gewechselt oder? Wie war das noch? Ich glaube sollen wir das gemacht weil ich sehe gerade kein Depot. Dann brauche ich dich jetzt einmal. Damit ich sehe was ich kaufen muss. Das sieht danach aus. Und wir haben. Ich habe doch bestimmt den benutzt. Das müsste passen. Jetzt müssen wir natürlich nochmal eben auf den Zug hier warten. gehen. Der fährt sogar auf das Gleis. Ist das geplant? Muss er gar nicht. Dann ändern wir das auch um. Damit er schneller fahren kann. Welcher ist es da? Dann kannst du eigentlich hier auf drei fahren. Das wird doch viel. Dann kannst du einfach durchziehen. Du musst hier nicht mit ganz wenigen kmh. Oder habe ich hier nicht die Verbindung aufs andere Gleis? Ne das fehlt noch. Dann mache ich das doch eben. Ah ne die ist da hinten. Dann muss ich das auch nicht machen. Sonst hätte ich hier nochmal eben was rüber gezogen. Aber wenn er dann da hinten wechselt dann soll er da hinten wechseln. Manchmal schneller dass er da aus dem Bahnhof kommt. Der wartet jetzt. Ne der kann ja jetzt durchfahren. Doch nicht. Merkt mal bitte nicht dass er jetzt so fährt. hat. Ich habe ziemlich. Ich kann es mir nämlich gerade vorstellen. Ja. Weil sonst hätte er nicht warten müssen. Muss nicht sein. Aber so kann er gerne machen wenn er möchte. Ich sehe da jetzt nicht die Notwendigkeit dass er das machen muss. Ich muss mal gucken. Das ist eins. Ja. So soll er fahren. Wird er hier zwar langsam. Boah. Eine sehr schöne Lokomotive. Das müsste ein neuer Triebwagen sein. Das kann er wieder langsamer machen. 1996 mittlerweile. So dann haben wir jetzt auch da nochmal ein Zug mehr. Ich würde sagen dann lassen wir die Insel erstmal so jetzt zumindest für diese Folge machen. eine. Obwohl. Wenn ich das sage fällt mir direkt wieder was ein was ich tun könnte. Hier kaufe ich nochmal zwei LKWs für die Linie. Wir können die transportieren 20. Das ist dann Burg Liebenau LKW 1. So und bevor wir jetzt noch rüber gehen. Das letzte aber. Linien Benutzung. Ja. Da habe ich auch Geld gesehen. Linien Benutzung. Ja. Da sind Brote. Dann nehme die doch mal direkt mit. Brot produzieren wir ab. Genau jetzt auch. Da können wir sagen die letzten 20 Minuten. Gucken wir uns mal das Chaos an. Ich darf aber nicht übertreiben. In Kindenheim ist mir zwischen den Folgen aufgefallen. Hier wartet einfach niemand mehr. Und die Busse fahren halb leer. Ich hatte auch immer einen erwischt. Der ist komplett leer gefahren. Das war irgendwie Linien jetzt. Oder Bus 2. Ja sind auch jetzt so 5 drin von 25. Ja wir könnten ja mal sagen. Wir machen was fürs Auge. Und suchen uns einen. Ach die haben wir letztens erst gewechselt. Nein die nicht. Ein Verkehrszug. Ein Personenzug. Die sind auch noch relativ neu. Nehmen einer unserer neueren. Die wir jetzt gekriegt haben. Und fahren dann auch mal mit. Und gucken uns die mal an. Zug hat eine Linie wo es sich lohnt. Wo wir schon lange nicht mehr waren. Ach das ist die Linie. Die führt da durch. Was ist denn mit unserer ersten Linie. Rheinbach-Matu. Da fährt. Dieser Zug gerade. Zug Nummer 1. Wie alt bist du denn? 23 Jahre alt. Hast ein Auto. Ne. Du hast ein Fahrzeugersatz. Aber kein automatischen. Machst gutes Geld. Wie teuer warst du meine Anschaffung. 11 Millionen. Ich denke mal. In 23 Jahren hat er das. Lange schon wieder rein geholt. So du kannst 140 Personen transportieren. Und du. Möchten. Mehr mit. Ich warte jetzt einmal bis aufgeladen hat. Wenn wir schon mal die Linie. Wie viele Fahrzeuge haben wir auf der Linie. Zwei. So. Und es war. Es wartet noch dieselbe Menge. Hier. Oh. Jetzt. Der andere Kapazität. Ist da gerade noch ein Zug drin? Ja. Vielleicht steigen gerade welche um. So geht hier die Zahl auch nochmal schnell. Auch. Also wir haben nochmal 140. Leute die gerne mitfahren würden. Hier ist der zweite Zug. Auch 140 Kapazität natürlich. Und es warten noch 81. Das heißt. Wir könnten ja mal gucken. Dass wir den. Wenn wir jetzt sagen. Das ist. Machen wir. Da machen wir die Hälfte raus. Dass wir aus 180 vielleicht mal so. Äh. Aus 140 vielleicht mal so. 180 machen. So. Dann löschen wir das mal. Und gucken mal. Was wir denn jetzt alles so Neues haben. Können jetzt natürlich hier mal mit so einem Intercity. Arbeiten. Aber ich glaube. Auf der kurzen Strecke. Lohnt sich das nicht. Die. Dürften wir gerade haben. Ja. Mist. Dass ich das gelöscht habe. Dann. Triebwagen. Wir machen ja nur eine Station. Eigentlich müssten wir das auch mittlerweile in S-Bahn umbenennen. Nach. Meiner neuen Umbenennung. Damit funktionieren die schon mal nicht. Hier sind viel zu klein dafür. Der Panel Zug auch nicht. Die 140 müssen wir schon erreichen. Und dann müssten wir hiervon. 66 Meter. Das müssten wir schon. Wenn wir drei machen. Dann sind wir bei 264 Meter. Das passt auch noch vom Bahnhof. Aber das sieht nicht aus. Könnten vielleicht in etwa die Lokomotive haben. Glaube ich gerade. Für die Linie lohnt das eigentlich nicht. So einen Brummer zu machen. Dann bleibt das so. Könnte vielleicht die Farbe nochmal anpassen. Dass wir sagen. Komm wir haben hier hellblau. Jetzt leuchten sie aber. Und das wird die Linie vielleicht mal anpassen. Je nachdem wie voll die fahren. Weil die Linie ist nämlich auch länger unterwegs. 280 würden gern mitfahren. Runden wir auf auf 290. Bleiben 80 Leute. Stehen. Gut. Hier sind gerade nicht so viele. Hier. Und du bist bestimmt der zweite Zug der Linie. Ja. 210 nimmst du mit. Und es warten noch 19. Okay. Das lohnt auch da nicht. Das scheint sich noch nicht zu lohnen. So die ganz großen. Wir stehen zwar überall unten. in der Ende Leute. Hier. Wielkindenheim. Da machen wir was. Der schafft das nicht mit 96. Da können wir jetzt mal was Neues machen. Da stehen 96. Es möchten 190 mit. Und hier möchten 104 mit. Da machen wir jetzt mal was Neues hin. Da gucken wir mal. Dass wir auf 150 Kapazität oder so kommen. Da könnte man den Triebwagen nehmen. Sieht das aus. Wir werden es nur herausfinden. Was wir machen. Dann würde ich sagen. Machen wir das einfach mal. 200 Meter. 8,16 Millionen ist jetzt auch nicht die Welt. Wir haben bestimmt nur Einzug auf der Linie. Oder ja. Dann müssen wir wohl jetzt mal mitfahren. Ich lasse mal auf der einfachen Geschwindigkeit. Wir müssen mal sehen wie schnell das überhaupt ist. Man fährt auf jeden Fall falsch. Ich habe keine Signale hier. Wenn müsste jetzt eins kommen. Damit die Straßen nicht. Lockiert sind. Hier ist gar kein Signal. Deshalb fährt er auf der Seite. Ist aber auch schon eine große Stadt geworden. in meinem Kindheim. 106 kmh. Beschleunigt aber noch. So. Und den nächsten Zug. Den wir gleich mal ersetzen können. Wir haben keine Signale hier. Während er am runterfahren ist. Können wir mal dann vielleicht Signale setzen. Dass er dann auch das Gleis wechselt. dann sind wir jetzt vor dem Zug da. Können auch einmal auf die Linie gehen. Jetzt hat das. Da kommt er. Da kommt er. Kommt er. Da kommt er. schon schließen. Dann müssen wir wohl mal unsere Kapazitäten bei den Güterzügen erhöhen. Da liegen ja so viele Rohstoffe und so viel Potenzial. Das sieht eigentlich auch nicht schlecht aus. So mit dem Rot. Das habe ich doch bestimmt gefärbt. Dass das alles so passt. Ja. Länger geworden. Auf jeden Fall. Fährt nach Stade. Okay. Die fährt schon mal falsch. Von der anderen Seite fährt sie nach. Auch nach Stade. Ja gut. Macht Sinn dass vorne und hinten dasselbe steht. Ja gut. Ach da sind ja auch noch mal. Ist ja auch noch mal was zwischen. Gut. Kann man mal machen. Müsste ich jetzt nicht immer so haben. Da hätte ich lieber die selbst gebauten Intercities oder. Ich weiß nicht. Es ist rot. Dann auch S-Bahn direkt. Wir haben ja alles in der Farbe rot und wir haben es in der Farbe blau. Jetzt kommt hier die Arbeit rein. Dann fangen wir damit doch an. So Zug 13 ist auf jeden Fall älter. Du müsstest da sein. Ja oder gerade im Tunnel. Was habe ich denn hier noch geplant. Dass hier noch ganz alte Schienen liegen. Oder sind die über. Sind das vielleicht die Schienen von hier. Ne. Die führen noch hier drunter her. Okay wir haben auf jeden Fall noch. Hier sind auch noch alte Schienen. Ach da fährt sogar noch einer her. Und da sind alte Schienen. Okay. So du hast 160 Kapazität. Bist allerdings zu alt. Halt. Da geht die Abbiegung hin. Und es liegen 290 da. Naja das müsste noch nicht mal so erhöht werden. Also so krass erhöht werden. Weil das geht dann auch. Das kommt dann auch alles wieder schnell weg. 45 Jahre alt. Vielleicht mal. Wenn wir jetzt noch mehr Leistung machen. Ne das freut sich nicht. Was machen wir. Elektrisch bleiben wir auf jeden Fall. So wir haben jetzt den. Mit 2300. Könnten 3000. Wie schnell fährst du. Mal 10 km. Mal. Das ist eigentlich auch nicht so viel aus. Aber wir hätten mehr Leistung. Das wäre so ein kleines Update. Ich glaube das reicht für die Linie. Müssen wir trotzdem. Wir haben ja jetzt viele Möglichkeiten. Wir transportieren Baumaterialien. Oh da könnten wir. Die lohnen sich nicht. Die sind für ganz lange Strecken. Aber Baumaterialien. Hätte man hier auch so einen Zug nehmen können. Die machen nur Stahl. Stahl haben wir leider noch nicht. Weil wir bleiben halt hier bei den Standard Wagen. Neuer Bus. Dann nehmen wir einfach. Der hat 8 Kapazität. Ich habe dann davon 20. 200 Meter haben wir auch noch. Da haben wir ja noch so viel Luft nach oben. Dann machen wir jetzt einfach die. Und machen 30 oder so. Eins. Also ich brauche gar nicht mitzählen. Das steht alles da unten. Jetzt haben wir 20. Also keine Vergrößerung. Den könnte man sich da ja auch nochmal anschauen. 5 wären dann 40 mehr. Ja wir hatten ein kleines Update. Deshalb würde ich sagen. Machen wir das. Er fährt langsamer. Hat dafür mehr Leistung. Und muss ein bisschen mehr. Kapazität. Ein bisschen mehr Kapazität braucht er. Oh der ist sogar voll. Macht er denn Plus. Weil die Betriebskosten sind ja hier auch. Um einiges gestiegen. Letzten Jahr war es ganz. Okay das rentiert sich nicht wirklich. Da hätten wir auch andere Sachen nehmen können. Zug ist jetzt noch nicht mal so alt. Er ist 8 Jahre alt. Ja genau. Hier war nämlich dann. Der Cut. Wo wir das ersetzt haben. Vielleicht sollten wir da auch nochmal dran. 210 hat er. Ja gut. Luft nach oben ist da. Aber ich glaube die Betriebskosten sind einfach zu hoch von denen. rein. So. Den lassen wir mal eben da oben. Der ist zu alt. Obwohl es noch nicht rot angezeigt wird. Du bist auf der Linie. Rheinbach. Treibstoff. Rot. Okay. Du fährst dann also. Hier liegen auch. Hier liegt auch mittlerweile Treibstoff. Wie ist der denn jetzt schon wieder dahin gekommen. Das ist halt das. Wenn man es nicht einstellt. Und hier liegt. Hier holst du Brot. Aber. Okay. Wie fahren die denn alle. Auf jeden Fall hat der sehr viel Luft nach oben. Also hier können wir ein bisschen was. Verändern. Ach ne. Doch. Wir wollen ja bei der Linie das ändern. So. Wir haben 2300 kW. Da würde ich sogar sagen. Machen wir noch. Da machen wir 1000 mehr. Wie schnell fährst du fahren. Ja wir kommen einfach nicht auf die Geschwindigkeiten. Hier sind es 100. Und hier sind es 140. Okay. Dann können wir auf jeden Fall schon mal die. Mit 120 kmh nehmen. Okay. Die haben wir hier auch. Dann haben wir jetzt Brot und Treibstoff. Ja gut. Das passt wieder beides nicht zusammen. Außer bei dem Pennsylvania. Das für Baumaterial sieht vielleicht auch nicht so verkehrt aus. Das kann man vielleicht hier oben gleich mal ausprobieren. Ja dann machen wir jetzt. Boah hier würde ich fast 20 sagen. Weiß ich aber nicht. Ja vielleicht müssen wir es dann. Das kannst du fast verdoppeln. Boah jetzt auch hier schon wieder nicht voll fährt. Rein macht 600 Brot. Äh 300 Brot. Und hier sind es 182 Treibstoff. Dann machen wir. Statt 20 mal 15. Und 20 mal Brot. Stelle ich das ein mit dem Brot. Ich lasse es. Am Ende muss ich zwar dann wieder meine ganzen. Ähm. Oder weiß ich schon wieder nicht wo alles herkommt. 341 Meter. Das könnte jetzt unser längster Zug sein. Ist auf jeden Fall länger als unsere. Personenzüge jemals sein werden. Wir sagen das wird gleich unser Screenshot. Oder unser Thumbnail. Also ein Screenshot für das Thumbnail wenn er sich ersetzt hat. Ja und hier müssen wir jetzt mal aufs finanzielle achten. Damit sich das vielleicht lohnt. Und so gucken wir mal. Du kostest uns 3,8 Millionen mehr. Das ist schon echt. Ist schon nicht wenig. So. Und wir hatten ja direkt die beiden hier sogar untereinander. So das sind nämlich. Guckt euch den Unterschied an. Ist auch doppelt zu viel. Aber. Gewicht ist sogar noch weniger. Och nö. Also weil das. Weil wir halt doppelt so viel transportieren. Sind die Betriebskosten halt auch. Am Ende günstiger. Doch nicht. Wir sind bei 260.000. Statt 334.000. Also das würde sich sogar rentieren. Weil auf die Länge. Kommt es nicht an. So auf die Technik. Ne. Weil wir haben 127 Meter. Also da ist noch Luft nach oben bei 400. Aber wir haben ja nur Baumaterial hier. Ne. Doch. Den will ich ja nicht nehmen. Das ist Stahl. Das ist Schlacke und Stahl. Dann werden die halt. Echt mal. Um was. Oder wir nehmen den. Aber der ist amerikanisch. Sind auch amerikanisch. Ne. Die fahren 100 Kammern. Die sind europäisch. Sonst wird dann nämlich. Andere Zeit. 100 km. 13 Kapazität. 85.000. Ne. Die haben. Ne. 13 Kapazität. Hab ich gesagt. Dann sind die sogar noch besser. Dann nehmen wir die. Und nehmen den. Nehmen den. Neuesten. Vielleicht hält der länger. Ladegeschwindigkeit. Ladegeschwindigkeit ist mal 1. Ladegeschwindigkeit ist mal 4. Ach nö. Dann nehmen wir den jetzt einfach. Ist mir egal. Hier haben wir 3000 kW. Die sollten ja dann. Ach ne. Wir werden ein bisschen schwerer. Dann nehmen wir hier auch wieder den mit 33. 3. Habe ich jetzt der Hintergang. Ja. Habe ich gerade mich hier gesehen. Dass wir dann auf einmal den Zug dahinter hängen. So. Dann haben wir jetzt hier 33. 3. An. Leistung. Und. Wir nehmen. Wir wollen ja auch mal was fürs Auge haben. Obwohl der ist so ein bisschen dunkelrot. Dann. Passt das vielleicht besser. Weil hier ändert sich ja nichts. Hier stelle ich jetzt mal auf Baumaterialien ein. Nicht dass wir da wieder was umschlagen. Ähm. Erstmal 10 Stück. Dann haben wir. Jetzt habe ich 11. Jetzt haben wir 170. Mit davon. Nochmal. Also wenn wir auf 15 gehen. Sind wir bei 170. Durch 2. Macht 85. Dann sind wir bei 250. Das passt. So. Meter Anzahl passt auch noch. Ohne Probleme. Leistung sollte auch kein Problem sein. Kostet jetzt halt nochmal 6 Millionen. Und Betriebskosten. Will ich jetzt auch einmal. Gucken. Von 3,8 Millionen. Also das. Wird jetzt nur was. Wenn sich. Wenn sich das senkt. Das schon die alten. Oder die neuen. Achso. Ne. Der hat mal 3,5. In der Anschaffung gekostet. Also der. Der jetzt gerade noch drauf ist. Und. Über die Jahre. Plus 9 Prozent. Also kommt jedes Jahr 1 Prozent drauf. So wie es scheint. Von 3,8. Auf 3,4. Und der vorherige. 3,5. Gekostet. Okay. Da haben wir jetzt nichts gespart. Dafür. Dass wir 6 Millionen ausgegeben haben. Ladegeschwindigkeit ist halt sehr hoch. Jetzt. Wir haben mehr Kapazität. Das müsste man vielleicht noch. der haben Seite sehen. Ja. Gut. Müssen wir jetzt abwarten. Gucken. Ob das Brot irgendwann weniger wird. Hier müssten wir dran gehen. Mal an den Treibstoff. Vorwärts uns hier. Oder das Thumbnail kann ich auch gleich nach der Folge dann machen. Können jetzt auch mal einmal gucken. Hier liegt mittlerweile. Hier liegen fast 200. Das ist sehr gut. Das heißt der Zug hier könnte mittlerweile fast voll fahren. Der ist sogar mal voll gefahren. War so gut wie. Er hat auf jeden Fall bis zum letzten Wagen schon Treibstoff geladen gehabt. Hier liegen auch schon 250. Also das fängt jetzt an alles loszugehen. Burg Bernheim. hat 134 Treibstoffe liegen. Und transportiert glaube ich 60 oder so. 50 sogar nur. Ich hoffe ich habe nichts dagegen. Wir überziehen mal eben 3 Minuten. Hoffentlich. Nur 3. Also Linie Fahrzeugersatz. Wie ist die Leistungsleistung? Mittelmäßig. Okay. Wir wollen nämlich aus 50 machen wir nämlich jetzt 100. Und elektrisch. Was haben wir vorher gehabt? 450. Da reicht sogar noch. Zack. Dann haben wir jetzt auch. Dann machen wir 80 raus. Oder 90. 90. Dann machen wir da jetzt 90 raus. 99. So. Dann sind wir da an den 100 dran. Und wir nehmen noch 50 Brote mit. Ne. 40 Brote. So. Dann haben wir das jetzt ersetzt. Dann haben wir jetzt 3 Linien für Brote. Und dann können wir vielleicht in der nächsten Folge auch nochmal gucken. Dass wir da mehr transportieren. Ich gucke nochmal ganz kurz. Hier liegen jetzt schon. 27. Wenn wir den noch aufteilen sind wir bei 55. Gut da müssen wir gerade noch nicht handeln. Das passt. Okay. Dann sind es. Bin ich sogar innerhalb der 3 Minuten gewesen. Ist das jetzt schon der neue Zug? Ne. Noch nicht. Der nimmt auf jeden Fall noch nicht so viel mit wie er mitnehmen soll. Deshalb sieht das. Das tut schon weh man das teilweise so sieht. Dass sich das alles erstmal so warm laufen muss. Aber gut kann man jetzt nicht ändern. Dafür sollte die Linie. Ja es ist noch nicht so viel. Dafür dass wir jetzt allerdings auch wieder mehr abfordern werden gleich. Könnte das auch wieder rot werden. Der macht jetzt Geld. Der hat jetzt mal eben. Okay man sieht nicht dass sich was getan hat. Dadurch dass wir die Kapazität erhöht haben. Ach der hat noch nicht. Abgeladen. Könnte jetzt glaube ich das erste mal voll fahren. Also ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen. Falls ihr jetzt abschalten wollt. Ich würde sagen wir fahren jetzt allerdings noch einmal mit nach. Oberrheinbach. Und gucken mal wie viel Geld der macht. Das müsste jetzt das erste mal sein dass der abliefert. Sechs Monate alt. Ja das kommt hin. Und die nächste Haltestelle ist. Da wo wir. Hier. Abliefern. Eine Sache will ich noch gucken. Mittelmäßig. Ja okay. Weil er kommt halt nicht aus dem Quark. Und wieso fahren wir schon wieder links. Da fehlen wohl schon wieder die Signale. Gut. Habe ich nochmal gleich. Was zu tun und darf Signale setzen. Gibt Schlimmeres. Oder ist das so geplant dass der links fahren soll. Kann natürlich auch sein. Wir sehen uns mal hier. So. Da kommt auch doch. Kommt auch direkt die Baumaterialien. Heißt. Die Mitarbeiter. Ach die haben auch nichts zu tun hier gerade. die Mitarbeiter am Bahnhof kriegen jetzt was zu tun wie lang ist der denn geworden 341 Meter also sind das jetzt hier noch 60 Meter so jetzt bin ich mal gespannt 4,39 Millionen für eine Lieferung ja man sieht er hat abgeliefert das ist schon mal nochmal was nochmal deutliches also da ist nochmal einiges dazu gekommen der fährt glaube ich nur durch das wäre jetzt lustig wenn mir jetzt schon wieder den nächsten Nähden der hier ablädt man sieht hier ist einiges dazu gekommen aber das nehme ich gleich als Subnate war ja dann doch nur eine kurze Fahrt noch da hinterher aber das hat sich gelohnt für 4 Millionen gut die hätten wir auch so gekriegt aber das war es dann jetzt für heute ich bedanke mich fürs Zusehen ich werde noch eben die Signale setzen ich werde hier mal eine Straße langziehen eben noch und dann ja passt das für diese Woche Transport Fever ich bedanke mich fürs Zusehen hoffe die Folge hat euch unterhalten und in der nächsten Woche gehen wir dann vielleicht ins 20. Jahrhundert 1998 sind wir ja schon also über das Jahr 2000 also ins 21. Jahrhundert sogar vielen Dank fürs Zusehen bis zum nächsten Mal ciao